Ringen um den Lockdown-Ausstieg. Beim heutigen virtuellen Corona-Gipfel wollen in Kanzlerin Merkel, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Kanzleramtsminister Braun und diesmal auch fast das ganze Kabinett über den weiteren Pandemie-Fahrplan beraten. Eine Verlängerung des Lockdowns hat sich bereits angekündigt. Danach könnte er stufenweise gelockert werden. Update der Corona-Warn-App. Die neue Version funktioniert auch auf den älteren iPhone-Modellen 5S und 6. Außerdem bietet sie ein Tagebuch, in das man Kontakte eintragen kann. Neuinfektionen weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet 8.072 neue Corona-Fälle binnen eines Tages. Das sind gut 1.600 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ging zurück auf 68. Angestrebt wird ein Wert unter 50, damit die Infektionen nachverfolgt werden können. Brexit-Abkommen verzögert sich. Die EU-Kommission kann den Vertrag nicht schnell genug in alle Amtssprachen übersetzen, um ihn bis Ende Februar dem EU-Parlament zur Ratifizierung vorzulegen. Das Abkommen war kurz vor dem Jahreswechsel ausgehandelt worden und ist nur vorläufig in Kraft. Extremes Winterwetter in Deutschland. In Thüringen wurden in der Nacht Tiefstwerte von bis zu minus 26 Grad gemessen. Das befürchtete erneute Chaos auf den Autobahnen blieb allerdings aus. Beim Bahnverkehr ist weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Das Wetter? Im Süden bedeckt und Schneefälle. An der Ostsee zum Teil kräftige Schneeschauer mit Schneeverwehungen. Sonst bei einem Mix aus Sonne und Wolken oft trocken. Höchstwerte minus 13 bis plus 2 Grad. R And – congrat